Herzlich willkommen meine Damen und Herren! Vierte Runde! Disqualifiers von Summoners Ender DSL Und dann schauen wir mal! Gucken wir mal! Bis jetzt haben wir platzivungsmäßig einmal Dritter, zweimal Erster gemacht Also sehr gute Ergebnisse Uff! Uff! Lockt man das? Nee, oder? Ja! Aber das hier ist schon ein Statement Man hätte hier in der Theorie Artox nehmen können Darauf hoffen können, dass man drei Gold kriegt Und dann halt beide Two-Star spielen Aber das ist schon Mh Ein sehr, sehr klarer Indikator, wohin die Reise geht hier Er hat auch einen kleinen Indikator Zwei Astral-Spieler Die hätten sind schon ausgesetzt Sieht sehr gut aus, ne? Oh, das ist terrible Sieht sehr gut aus, ne? Oh, das ist terrible Oh, wir haben so einen krassen Start Junge, Junge, Junge Sunfire Tumcatch 2 Instant Momsi am Start Genug Gold, um noch einen Bruiser dazu zu spielen Aber komplett crazy Ich glaube, so schön war besser Irgendwie standen die alle nicht mittig, sondern alle ein bisschen rechts Das heißt, wir wollen quasi Natürlich unsere Target-Dummies so stellen, dass Target-Dummies gefokust werden Nicht wir Ja, Target-Dummies generell was Im Early-Game ziemlich broke ist, wenn man es quasi schafft, das vor die Gegner zu stellen Weil die sind tatsächlich gar nicht so squishy Die haben 900 AP So, ne? Mein Heimatdinger hat 700 Also, als Vergleichswert Ähm Die haben 40-40 ja mehr So, ne? Die haben zum Beispiel 20 Thumbcatch hat 60-40 auf Stufe 2 Äh, 40-40 Gott What? Actually, sollten wir einfach gucken, dass wir Nomsi hier sofort reinkriegen Also, Nomsi 3 Und dadurch sind wir natürlich jetzt deutlich schwächer als davor Vorbei, vielleicht ist es zu gierig Die Lineups, die wir facen können, sehen schon strong aus Das ist zu gierig Können die Dummies von Legend gefressen werden, ich bin mir eigentlich nicht sicher Scheiße, ey Jetzt stehen die ja auch noch terrible hier Der einzige Vorteil, den wir haben, ist quasi, dass wir True Damage machen Über Nomsi und über das Sunfire von Tharn Das sieht echt nicht gut aus Ah, die stehen alle so rechts, die stehen nicht mittig Ich muss mir das echt merken Das hatte ich da vorher schon gesagt, aber dann irgendwie nicht mehr respektiert Oh, wir haben es trotzdem, ne? Puh, das, das, das war lucky, ja Am Ende haben sie doch noch getränkt Man sollte hier leveln Einfach, weil es ein Kekse mehr ist, jede Runde Hier stehen alle in der Ecke Oh, der, der hat fast mein Lineup, ne? Oh, ich glaub, der Nomsi-Hitty wird der schlechteste over all time, ne? Aber gar nix geht jetzt Second Winter allerdings dabei, das ist natürlich ein Stück weit gefährlich für uns Sehr cool, wir bleiben hier bei Timecatch 2 Gewinnen die Runde und kaufen dann Tristana Sehr nice, sehr, sehr nice Auch noch die Champion Duplicator für Idas Als wir früher noch Nomsi mit Legenden fressen konnten, ja Ich bin so dankbar, dass ich damals ein Video gemacht habe Bevor es quasi nicht mehr ging Auch als Erinnerungsstück für die Nachwelt Ist eigentlich fast alles fein hier für uns Aber könnt ihr jetzt zum Beispiel hier Crit gehen und sagen, man fängt an, die Items zu bauen für Corki Amor der Emeers fallen, weil ich gerne ein Stoneblade auf jeden Fall dabei hätte Der Emeer wäre ein bisschen besser gewesen, weil wir haben ja schon Amor So, hier ist jetzt zum Beispiel auch so eine Überlegung Wenn ihr euch hier stark fühlt, ne? Und dann könnt ihr jetzt hier sagen, ihr lasst den Scanner stehen Weil dann könntet ihr mit plus 1 Gold auf 10 Gold kommen und quasi ein Ein mehr haben Ist da? Aber ich fühl mich gar nicht so stark Wir stellen alles dann, ne? Wir faken immer nach rechts Setzen dann mittig links Ähm Einfach damit der Gegner halt eben die Dinger angreift Während wir Ja, chillen können Es sind schon harte Hits, die wir hier verteilen, ne? Also... Tut schon weh gegen uns gerade zu verlieren Nomsi wird genomst, war aber auch ein Banger-Titel Ich finde diese Idee der Superbanger tatsächlich sehr, sehr nice, ne? Also zum Beispiel Die Partie eben mit Corki war ein Banger Aber die Partie davor, die war halt ein Superbanger So... Hier übrigens, um das auch mal erwähnt zu haben Ich glaube nicht, dass Olaf in der Cork gut ist Also man könnte ja das so spielen Weil er ja auch ein Bruiser ist Aber Shen macht einfach mehr Weil einfach immer so ein bisschen dieses... Also dieses bisschen umstellen, was wir machen Ist einfach nur für den Fall, dass uns jemand halt scoutet Ähm... Im Endeffekt ist das... Ab ner gewissen Elo ist es auch einfach nur noch ein Mindgame so Weil jeder erwartet, dass man noch umstellt Und dann stellt man irgendwann nicht mehr um Und... Es gibt tatsächlich auch einfach Leute, die sagen, sie stellen nie um Weil der Gegner macht ja immer Mindgames Weil soll man es wissen Dann kann man es eigentlich auch noch überprüfen In der letzten Sekunde Das macht aber wiederum auch eigentlich keiner Also... Ist es irgendwann... Ist es so ein bisschen... Mindgame mäßig... Ausgelutscht Aber aktuell ist es echt auch cool, ne? Auch der Nomsi-Damage ist sehr, sehr gut So krieg ich ja die ganze Zeit 3 Kekse Wäre natürlich geil, hätten wir jetzt ein he delay-zwei Oder so, ne... Dann wird es schon mehr Hoh-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho Got Clutch Ja, einfach so nah I just hit, guys Just hit Sona mit einer 2% Chance Natürlich auch noch eine Senna aus dem Orb Die wird, glaube ich, gar nicht mehr spielen Junge, Junge, Junge How to win a TFT, just hit Sometimes it's like that Ja, was ist Wunder, bevor wir Jinx haben Soldier Slam habe ich auch überlegt, aber ich glaube nicht Ich glaube, sonst kriegt man keine Korki-Items mehr zusammen Sona hat über Evoker, anyway, halt Mana Das heißt, ich gebe gerne die Träne, damit die erste Wind früh kommt Und weil Seraph auf ihr auch einfach gut ist und so Aber mehr würde ich ihr nicht geben Aber es ist so brutal, wie strong wir jetzt sind Und Tubcatcher hat trotzdem most damage, ne? Für den Windsric nicht Senna über Heimer Der Windsric ist so gesichert Ich glaube, unser Lineer ist Absolut crazy strong So, Evoker-Emblem ist actually nicht so gut hier Alles davon ist, glaube ich, ziemlich bad Ja, da sind wir wieder bei Party-Favor Das hat mir tatsächlich erschömmert Das fand ich gar nicht so bad Ähm Boah, ich hätte schon Bock, das jetzt einfach Heavy reinzuspielen, ne? Oh, actually Sollte ich mal wieder umstellen, ne? Sollte ich mal wieder umstellen, ne? Bisschen cocky Bisschen slow Auf den letzten Metern Was macht das Orgman? Ich kann's nochmal zeigen Game 1 got every six firecracker launch by Revit Champion Each combat additional gain Special prize for the first 75 Tote firecracker Gain a jinx Gerade auch, die jinx ist gar nicht so bad für uns gerade Oh mein Gott, wir verlieren einfach, ne? Das ist der Klassik APG, just Johnny Roll and lose It's roll and lose again Ah Das ist so oft passiert Der hat aber auch eine crazy comp Gehittet, ne? Irgendwie immer Aber vielleicht hätte Senna über Heimat tatsächlich die Runde gewonnen Ich meine, es ist auch nur ein Keks mehr, so Der will ja nicht so mega viel Der habe ich wohl vergessen umzusetzen Aber das ist trotzdem Sollte eigentlich trotzdem ein Easy Win sein Ja, ist die Frage Spiele ich Senna dann überhaupt irgendwann mal? Actually no idea So viele gute Optionen haben wir tatsächlich gar nicht mehr Komm, du willst doch den Giants-Belt, ich will das Oh Oh , wie geht die 朵 Ach, ich treffe einfach einen Nomsini, wenn die so am Dancen ist. Äh, ja, wir verschieben einfach wieder rüber, ne? Der ist ein Ola Persessen, er könnte tatsächlich hier am Ende gefährlich werden wegen der Lobby gewinnen. Der hat tatsächlich auch mehr Nomsini-Stacks als ich. Obwohl wir die ja wirklich sehr, sehr früh hatten. Ja, krass, ne? Wir haben tatsächlich All-In verloren und verlieren danach direkt nochmal. Das tut schon sehr weh, irgendwie. So, in dieser Kombi. Oh, der hat Xayah gehittet, ne? Ja, Nobisi-Positioning könnte ein bisschen besser sein. Kein Chistana 2, kein Heimer 2. Macht dann selber auch deutlich weaker. Ich finde, der eine, der, ähm, Blue-Battery mit Ludens auf einer Karma mit Blue-Buff hat. Das Setup finde ich übelgeil. Das würde ich auch schon mal hitten, aber ist halt sehr schwer, das zu kriegen, ne? Oh, Lull. Ich dachte, der Fertif ist schon vorbei. Es sind halt nur drei Stacks, ne? Es sind halt nur drei Stacks. I mean... Der Economy-Verlust tut halt weh, ne? Das ist ein wildes Setup, ne? Der spielt tatsächlich einfach Assassin... Olaf... ...als Bruiser in der Comp. ...kinder wild. Aber wir sind trotzdem auf 30 Gold, ist schon okay. Items sind auch fein mittlerweile. Wir kicken hier die Items. Ich würde es versuchen, so einen umzustellen, I guess. Ja, das Ding ist, Jinx macht halt Magic-Damage mit ihrer Öl. Das heißt, der Infinity-Edge zu geben, fühlt sich scheiße an, weil die Ölte hat nicht gekriegt. Ähm... Tastana-Astogen fühlt sich aber auch kacke an, weil sie 1 ist. Ist ja eine Tastana 1, sie ist ja. Eher weak. All right, ey, dieses zusätzliche Gold, was wir, was wir über das Orgmond bekommen, ist jetzt tatsächlich ein Segen, ne? Weil es quasi diesen Economy-Verlust, den wir hatten jetzt nicht so schlimm macht. Sind wir noch im Danger-Video? Oh, boy. I guess we risked, ne? Wir gehen für Corki-3, I guess. Mal schauen, wie die Odds sind. Also auf Level 8 hat man mit Corki auf Tastana-Slam 26%. Das ist gar nicht so viel. Soda hat man aber nur 20. Oh, shit. Puh. 26,32. Die anderen, die man kriegen könnte, sind die Trainer, die tatsächlich auch gar nicht so bad sind, ne? Dafür braucht man allerdings Level 8. Das heißt, wir gehen in 4, 5, 8 und rollen dann runter, I guess. Könnte besser sein, ne? Jetzt habe ich zwei miteinander nicht verschoben, aber ich stehe witzigerweise trotzdem richtig, glaube ich. Oh no, ich stehe terrible. Weil Sona tatsächlich sogar noch neue durchbekommen hat, ne? Ist auch krass. So eine Sona in der Lage ist zu leisten. Wir haben halt jetzt quasi gerade kein Prismatic-Oak, ne? Weil wir die Loaded Dice noch nicht benutzen. Ist immer sehr, sehr risky. Ich will am Ende des Tages eigentlich die, so früh es geht, dann rausschmeißen. Aber nächstes Rote Pauw wäre 16 Gold. Und dann sind wir eigentlich in einem guten Spot. Nomsi ist halt echt weak, so dafür, dass wir die ganze Zeit drei Trainer gespielt haben. Uff. Das kind of hurts, not gonna lie. Tarm und Ornn müssten eigentlich Position wechseln. Okay, aber das ist tatsächlich nur ein deutlich schwächere Nomsi, als meine Nomsi ist. Aber actually gar nicht so schlecht positioniert, dadurch kommt die Ultra aus. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Nomsi noch eine Zweitwut durchkriegt, ist ja eh null. Na, come on. Kann bitte irgendwer den 3-HP-Corki killen? Mein Gott. Rit gets richer mit Windfall. Die Loaded Dice schaffen einen Shop, der quasi nur Units beinhaltet, die einen Trade sharen mit der Unit, die du angeklickt hast. Das klingt jetzt sehr kompliziert, aber es gibt quasi zum Beispiel auf Mernio.de das hat so einen Loaded Dice Calculator. Scheiße, der 2-HP... Ah, mein Gott. Okay, wenigstens Stoneplate bekommen. Ach, nice. Danke dir, Carina, für den Dice-Command. Hätte ich noch gar nicht gesehen. Oh! Nice. Extra meine gekommen. Dann wollen wir mal. Ich glaube, es ist gut. Okay. Und wo ist denn DMR, die ich hatte, da? Ich habe tatsächlich noch nie Ludo 3 gespielt, weil ich aber schon ganz auf den Satz gesagt, Ludo 3 ist hier keine Wind Condition. Weil der Attack-Speed, den es gibt, erhöht sich von 80 auf 120, was gut klingt, aber tatsächlich oft dann trotzdem nicht die Runden gewinnt. Warte mal, was? Ich bin gegen den verloren. Ach, der hat es nur auf Ehren. Aber er könnte auch das Locket reforgen, aber tatsächlich dadurch, dass Ludo 3 ist, ist es wahrscheinlich gar nicht so bad, das zu haben. Oh, 4 Extra-Royal, das ist huge. Extra-Royal ist actually huge. So, und da bräuchte man eigentlich einen Idas, aber das können wir auch noch in der nächsten Runde machen. Das ist schwierig irgendwie gerade. Der ist schon sehr weak, ne? Der hat einmal eins. Könnte er sich hier einen Redemption machen, aber das ist eigentlich nicht. Ich denke tatsächlich, dass es hier so nah ist. Ja, den Treasure Dragon gleich. Ich dachte tatsächlich, dass meine Ludo in der Lage ist, den Eddistar Olaf zu handeln, aber sie kriegt einfach die Akku nicht. Und dann kann sie es auch gar nicht handeln. Das wird so irgendwie Sinn. Noch ein Füll auf die Hand, Spieler. Was bin ich denn sehend? Scheiße, das ganze Extra-Gold, was die Assassin Tristana hier kriegt. Was ist das denn bitte? Er hat einfach Assassin Urlaub in der Trainer-Comp und spielt dann Assassin Tristana mit dem AP Schimmer-Scale-Item und eskaliert damit einfach. Das ist schon super wild. Das ist sehr, sehr juicy. We take it. Heiter. Das ist wohl, in der gelaufen ist. Nicht mal Absicht. So. Naja. Naja. Naja, das ist schon sehr, sehr geil. Dann rollen wir mal für Idas, ne? Ja. Vollkommen, Dida. Dann geht er die ganze Zeit. Ich hab sie überall gesehen. Okay, sehr wild, aber wir haben Action ganz am Ende doch noch gehört dazu. Äh. Ach. Okay, also die die defensiven Items hier find ich eigentlich ganz geil. Die Idee mit Praum war gut. Ich hab quasi den Praum hinten in die Ecke gestellt, damit meine Sohne den Praum ultet, aber dadurch, dass der Praum melee ist, rentt er halt nach vorne und dann ultet er trotzdem nicht. Aber das Setup, was er hat, ist übel geil, ne? Also einfach Karma mit Blue Battery, Loons das ist schon übel geil. So, wir poweren jetzt leider Hit so, ne? Das hilft uns alles, sonst hier nichts mehr. Guess we have to. Sollten die ein bisschen weiter nach hinten machen, einfach mit der, mit der, wir setzen gleich wahrscheinlich einfach vor Sona und Corki sogar, mit der Idee, dass er über Stoneblade ja wirklich möglichst viel Akku eigentlich haben will. und das Prior 1 sein sollte. Die Sonor würde es hier verbrechen. Die beiden Jinx verkaufen sollen. So, Nomacy wächst und wächst, aber ohne Idas 2 wird das sehr schwer, hier das zu kontrollieren, das Game. So, wir stellen hier einfach wegen den Assassins die, die Dinger davor. Wünsche ich dem viel Spaß damit. QSS und Lockheed, also der hat überhaupt keinen Bock, dass seine Backlines gezählt wird. Weil irgendwann passiert es trotzdem. Jetzt haben sie genauso viel Damage wie Sona macht, das ist krass, So, Top 4 haben wir. Ach, ich hätte nochmal die beiden Jinx verkaufen sollen. was deckt das? Das ist sehr, sehr gut gegen die Karma. Also, wir haben die Puppen gegen die Assassins und jetzt die Dragon Claw gegen die Karma. Ich glaube, wir geduilen uns noch, ne? So, und jetzt das kleine 1x1 hier. Man stellt sich nach links, weil da kann man besser zustellen. Und dann stellt man auch den Carry mit nach hinten. Äh, den Tank mit nach hinten. Und dann hofft man, dass das reicht, ne? Die Ults von Sona gehen dann immer hier straight line runter, aber das ist okay, ja, ich weiß. Schöne erste Ult. Der Olaf inspiziert einmal unsere kompletten Target Dummies. Dann CC-t und stirbt. Und mein Idas denkt sein, Idas oder sowas. Nice! Nice! Das ist gegen Assassins, nachher 101. Das sollte relativ easy sein, ne? Und gewinnt der seine Runden Idas, ne? Aber ich glaube, das müsste ich eigentlich easy gewinnen. Weil ich quasi so viel hier hinstellen kann, was die Xayah hittet, wodurch sie nicht nach links schießt, wodurch sie quasi nicht in die Position kommt, meine Backlens zu bedrohen. Weil ich meine, die killt jetzt mal einen Idas, aber danach muss die Nomsi und diese Trainingsbuken hier noch gehen. Bis dahin haben wir ihn. Also wir rollen halt basically nur für Wir rollen halt gleich eigentlich nur für Idas, weil Korki 3 ist sehr unrealistisch. Das heißt, ich überlege echt, ob wir hier einfach 9 gehen. Das wäre die Frage, was man dann noch spielt, ne? Die Shroud tut natürlich schon ordentlich weh, ne? Aber ich denke, ich muss mich in die Shroud stellen. Hilft ja alles nix. Ja, ich denke, wir stellen uns in die Shroud, ne? Ja, normalerweise spielt man ja Thresh für Heimerdinger. Oh, wir stehen nicht in der Shroud, witzig. Nice. Leider reicht das bei meiner Sona noch nicht für einen One-Shot. Nee. Wait. Oh mein Gott, der Target-Dummy! Der zurückgetretene Target-Dummy! Okay, jetzt ist er das Prinzip wieder, ne? Wie eben. Stellen wir alles ran. Oh mein Gott, der hat Olof Target-Dummy! Oh, ich will ihn nicht! Da kommt einmal Olof fucking 3! Assassin, Olof! Einmal Dinger! Jo, das sind alles Two-Shots hier! Ich meine, er ist CC-bar. Könnt ihr den bitte CC-en? Nee? Okay, cool. Good talk. Oh, ich hab die ganze B-T hier noch rumliegen. Okay, das heißt, we go all in, my friends! You're playing with fire now! Dragonforged! With perfect tempo! I'm on it, Black Shoe! Oh, Pain! Ich steh richtig scheiße! Oh, hoffentlich verliebe ich das nicht so, dass das Over ist. Das wär schon sehr unangenehm jetzt. Ich hab den dicken Roar auf jeden Fall dick verkackt. Jeder ist nicht gehittet. Oh mein Gott, wir gewinnen das Action. Das ist krass. No idea. Ah, ist ein bisschen tricky alles hier, weil ich nicht so richtig das beim Rollen hinkrieg und deswegen dann die ganze Zeit so unglaublich schwer, dass ich meine Aufstellung bin. Aber dass er gerade gegen den gerechnet ist, ist schon wieder besser, weil der Ida-Set ein bisschen weiter vorne steht. Die Dragonclaw ist halt einfach ein Spielverderber gegen Karma. Karma beißt sich quasi am ersten Tank fest. Und die hatte halt ein bisschen AOE, aber das wird nicht reichen. Okay, winning line-up. Okay, winning line-up. Was für ein Knubbel. Du kommst hier nicht rein. Der Target-Dummy schmeißt sich heldenhaft in den Weg. Dann die Zona-Ultimate. Wunderschön getroffen. Lulu. Oh, schön. Die Bart-Ultimate. Lulu. Nein, der CC ging nicht durch. Corki. Corki, du stehst ganz in der Ecke vor. Reason. Okay, es ist schwierig. Ah, we win it. Okay, was kann ich noch verbessern? Äh. Ich hab noch ein paar Ideen. Ich hab noch ein paar Ideen. Sephyr wäre noch big. Dragonforced. Okay, whatever. Okay, whatever. So, die Idee ist jetzt, Iras mit der Damage-Redaktion in Olaf tanken zu lassen. Zona so zu positionieren, dass sie zwei Reihen von Gegnern trifft. Und vor allem den Olaf. Helms Kram steht, Bitch. Sehr schön. Nice, Mann. Let's go. Das war, das war huge. Oh, gegen den Assassin, Olaf 3 mit Diana 3, habe ich auch lange nicht mehr gewonnen. Junge, 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 Junge. Der dritte Win. Da holen wir noch mal mit. Ganz wildes Ding, ganz wildes Ding. Ja, meine Damen und Herren, das war ein weiterer Banger. Was soll ich euch sagen? Das Turnier läuft gut. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Das heißt, wir hatten jetzt den dritten Platz und dann drei Erste hintereinander. Und die Lobby war gut besetzt. Hier waren Leute dabei, einer hat die letzten zwei Runden im Turnier gewonnen. Damit sind wir nach vier Partien, jetzt schon, in einer richtig guten Region und holen uns jetzt hoffentlich den ganzen Turniersieg. Ja, sagt mir gerne, was ihr vom Turnier konzentriert haltet. Bis zum nächsten Mal, euer Johnny.